Na klar, ich setze mich seit zwölf Jahren Lebenshilfe dem Horst und Landkreis Oldenburg ein und Landesverband Niedersachsen und meine Forderungen sind, dass die Bahnhöfe rollstuhlgerechter gemacht werden und die Kassen bei den Einkaufsleben niedriger gemacht werden. Politiker sollen sich für die Behinderten einsetzen und sich darum kümmern, dass es behindertengerechter gemacht wird an den Bahnhöfen und an den Einkaufsläden und bei den Restaurants. Untertitelung des ZDF für funk, 2017